Was soll ich euch sagen? Kaum habe ich vorhin ein bisschen in den Abend reingeguckt, da guckt, als ich das Fenster zumach, ein richtiger Arsch zum Fenster herein. Was willst du, Arsch, sage ich zu ihm? Willst du mit mir Abendbrot essen? Da freute sich der Arsch und lachte über beide Backen. Danke, sagte er. Nichts zu danken, sagte ich. Du bist ein richtiger Arsch und ganz selten auf der Erde. Das war's. Das war's. Oh, 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 oh. Ich soll doch Geld aus. Huhhhh. Alles Gute, alte Erde! Bis bald! Scherz, unsere biomagnetische Energiezeit verbraucht. Was das Haus der Intermier passieren muss? Typisch. Einfach super!